Wo war ein Speedcola? Zeig mir mal. Alter, wo war das? Keine Ahnung, irgendwo... Hier bestimmt den Gang rein und dann hier... Hier ist es, hier ist es. Wo bist du? Hier. Ich hör dich nicht. Oder doch, jetzt so. Au, au, au. Da. Ravecola will Speedcola. Na, warte mal. Das ist das so. Ja, das ist ein Geld. Ey, bist du jung? Na, kannst du nicht. Ey, kannst du nicht willkommen. Das hört sich an, ob du angegeschlägst oder so. Ja. Okay, kann man killen? Ja, warte, lass das jetzt nach unten. Nö. Runter! Extreme Mode. Ah, ich weg weg. Jetzt komm jetzt mal die Hunde raus. Ja. Ich bleib mal hier. Hier geht's raus. So, zum Club da. Los, Nades! Irgendwie hat die Browning-Bände gar keinen Samen. Na. Die schießt... Die schießt einfach nur. Aber man hört mich von der. Hallo? Hallo! Hängt der irgendwo? Einer ist rechts von uns. Ich glaub, der geht andererseits her. Oder? jetzt wollen jetzt wieder fünf oder so einmal und gut dass ich die menge noch mal ich habe schon ein bisschen so also ich kann den ich schaue er hat er in den ich habe kameras ja die ganz schön neu aus er ist sogar sogar die kabel in der wand rein kabel detailtreue also lustig schild umberaussicht ihre kinder werden umgehend an den zirkus verkauft wo ich nur sagen wir sammeln erst mal jetzt so 23 runden paar punkte wo ich bin da weil sie wieder übelst komisch voran als übelst um ob in den müll 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 ab in den müll Versuch dann nochmal schnell zu mir zu rennen und versuch mich gleich mal zu begleben. Ah scheiße, guck. Nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Ah, ich geh immer auf. Ach so einer, scheiße. Ich verkack's weil du beim übelst. Bist du schon weg? Scheiße. Ja, das wär weh, du überlebst dich halt. Weil ich mir einfach nie aufpasst. Weil ich denk, ach komm, das dauert noch ein bisschen, bis ich spawnen. Ich glaub, es sind schon 10 Leute hinter mir. Oh fuck. Boah. Fynn. Was ist das, wenn die schneller rennen? Mh, von das komische schneller rennen von der, von der 4. Da wollte mich grad schon wieder einer schlagen. Was hab ich eigentlich wie ein Ping? Ein Ping hast du? 72. 66. 65. Ist eigentlich gut. Ja. 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 Und ich als Hostal. Ich hab die die 15. 14. Ha. 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 Ich hab gleich keine Munition mehr, also. Da musst du schon reingehen. Ich hab' uns holen. Ey, geh zur Kiste. Ja, genau. Au. Wirst du zur 6. Kiste gehen? Nein. Alter. Ich hab' über Suicide, ey. Lauf doch. Ha. 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 Nic for life, damn. Oder ha. Ha. Da hat dann was? N-Necke. Ich glaub' mal noch ne Runde. Ich sag' langlaufen, ja. Ja. Ja, hier drin was ich ging getrapte. Das hab ich auch fassen. Ha. Ah, hier muss hier ja weiterlaufen, ne? Ja. Da wurde noch irgendwas gekloppt, da war noch ne Mew, und ein Backside-Motor dahinten. Ja, das war echt der Knopf. Natürlich schneide ich an dem Mew, bekomme ich auch 400 Punkte. Treffen wir eingebracht. Jetzt können wir die ganzen Punkte zusammenhuren irgendwie. Na, ich glaub mit der FV wäre das ein bisschen besser. Du siehst, wenigstens von den Seiten. Hier ist aber so'n scheiß Loch in dieser Straße oder in diesem Parkplatz hier. Hm. Was macht denn dieses Loch hier? Tricks Teil. Oh, Alter. Ich glaub nicht das haben wir so schnell rennen können, aber naja. Oh, ich werde schon festgehalten. War schon wieder richtig knapp. So. Äh, am besten versuch's mal vorher das zu machen, aber es sind ja noch 50 Stück. Äh. Spray erstmal gleich rein hier. Da haben wir ja insta. Naja. Nein, nehm ich erstmal nicht. Da komm ich auch nur wenige Punkte. Na komm schon. Übel zwei. Neu, wie er rumbugt. Double Points. Oh, nice, 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 nice. Oh, nice, 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 nice. Hm. Das gibt's hier nicht. Wo die Map eigentlich? Wann wurde die Released? Irgendwann im Mai. Ist eigentlich relativ neu noch. Ich glaub sogar die Dings. Die Beschreibung ist noch auf der Webseite. Ich hab nur gelesen, dass Blackrops 1 Waffen mit dabei sind. Und... So. Bei mehr weiß ich gar nicht mehr. Gut, ich hol mir mal kurz. Na. So ein Crawler gemacht? Ne, noch nicht, aber warte ich mal rein. Ich hab fest. So riecht nicht mehr ab. Ich hab drei Crawler. Na, der hängt bestimmt, der Einhängler am Fenster. Und hängt ja, der hängt hier wirklich. Ich glaub ich mach mal, äh, auch zum Club. Ach, weiß nicht, was. Tastatur und Maus irgendwie richtig hinmachen. Irgendwie. So, ich hab mal Club aufgemacht, aber hier war ja gar nix, ne? Das ist nur uns vorne. Ne, da war eigentlich nichts. Da ist so ne Tür. Hier ist ein Teleporter. Achso, na, warte, den mach ich gleich an. Ist aktivieren? Ja, dauert erst noch. Und hier geht dann noch ne Treppe hoch. Da gibt es nur noch irgendwie. Und gemütet. So. Ah. Ja, ich bin bei dir. Ja, du warst schon auf dem Teleporter oder? Nee. Nicht. ja ich glaube dann ist rechts wo die fabrik da ist oder keine ahnung das Hotel nicht mal ist kann man hier raus ich glaube hier kann man raus ja 4000 so geht das auch nicht ich finde keinen guten Platz für die Tastatur wenn mein Arm nicht so weh tut so mystery box wo war die jetzt noch mal irgendwo hier oben ja ein Etage achso ja mystery box wo ist die box dass du erst dran ist mach zuerst die war hier hinten aber du gehst schon falsch hallo box box ich geh nicht falsch ich bin richtig das weiß ich ah ich hab's ja los pfeil sag mir wo du bist oh thompson e thompson 1940 mit nem visier ok er war noch mal mit dem Turnschädel oh hier eine scorpion nice hört sich sogar wie die scorpion an krank da gibt es eine granate drin oder oh mein Gott eine trench gun eine nette kleine trench gun so alles neu oder das mit bye bye bei beiden das ist standard immer na gut lassen wir danach ganz oben ich will mal wissen ob deine aula oder sowas ist ich will erst mal eine zweite gute wache haben naja warte ich spreche ich das ja ich habe ja noch schack kann man das überhaupt auf die kann man gar nicht aufkuchen ich glaube da könnte der gepancht sein das könnte gut sein dass man denn dahin teleportiert wird oder so keine ahnung äh manchmal auch mal die drei teddybären achso ok ähm die box ist beim hotel haben wir schon aufkauft äh nicht ganz so werden jetzt noch zwei türen die 2000 kosten würden oder halt diese ganz große tür die 4000 kostet boah ich weiß nicht du könntest dir noch eine waffe kaufen wenn du oder aber nein ich glaube ich so lange bei der trench gun noch rum oder andere teleporter kannst du ja wenn du gehen ist auch 3000 top o das ist eine stündlich hotel und was soll stündlich jetzt noch hoch er war aber auch noch gar nicht aber das ist nicht geht es auch ja 5000 hat er muss er muss gut ist und sein anscheinend 5.000 gut ich geh jetzt zurück ich gehe rein, das sieht interessant aus also die Waffen wechseln mit deinem Score-Wort nochmal ganz schnell, sieht wie du es verhindert aus ich mach grad speedscrollen, weil meine Melox-Rat hat so ne 2 Funktionen sieh so aus ob du irgendwie rumkribbelst oder so wie ich immer langsamer wurde gerade das sah geil aus und nochmal muss bei rennen also bei der Trench sieht das komisch aus darf ich ne Bildschirm noch richtig ok oder sind denn die Zombies hier? geh mal so ne Netzwerksamadet ha 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 scheiße pfff duck dich mal nach unten dann oh mein Gott pfff ach du mal ich dachte dir am Arsch kratzen ha 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 ich dachte dir am Arsch kratzen ha 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 ah geil gut da ist ein Zombie ich glaube der andere auch nicht weiß ach der ist da hin ach der ist da hin war das nicht auch irgendwie hier bei Verted War so wenn man sich nach oben so hoch guckt und dann halt Waffe wechselt dass es dann übsel sehr aussieht ach du Scheiße warte mal ich kill die Waffe mach nochmal wechsel mal Waffe wechsel mal Waffe die ist zwar wie spawnen ne hinter der ist schon einer er sieht nicht aus oh mein Gott los oh das ist die Thompson schwach schon und ich glaube das ist sogar eine der besten Zombie Waffen oder ich finde sie geil vor allem bei der Hüse wenn man so bei Roten rennen will ich kann sie immer Thompson Money holen ich finde sie schon nicht schlecht ja ja beste Zombie Waffen würde ich nicht wirklich sagen aber ein näher mit der besten joo gut jetzt halt aber auch die Wunderwaffen oder MGs oder Stormgewehre die sind allein schon stärker nice Munition nice aber das brauche ich noch einmal ganz hin rein Platz nehmen oh ich habe hier du angiuckt oh konnte ich jetzt auch nichts treffen wenn ich mich angebild hatte weg ich habe hier instruktiviert ich denke was da spielen wir an Black Ops 2 spielen wir da mit der Amta der Horizontal der Recoil, das geht auch nicht, Alter ihr fragt mich wieso ich überhaupt gehen kann also seit dem Patch und wie kommt mir das nur so vor, dass es bei Zombie so ist das sind nur bei Zombie so, die haben das bei Zombie irgendwie im Patch, keine Ahnung wieso macht keinen Sinn, Multiplayer kann ich verstehen, weil da hast du ja, du musst wirklich gegen andere spielen, die auch diese Wappen benutzen aber Zombie, das sind einfach nur einfach nur computergestaltete Gegner und ich bin gleich dauernd, wenn ich mich gleich wegrenne äh, ich frag mich wieso sie da die Waffen patchen macht keinen Sinn vor allem, die haben ja echt fast jede Waffe die Amta, die Typ 25, äh, die Hammer die RPG hat, glaub ich, jetzt auch einen Cousin Recall das ist einfach unmöglich, mit dem Waffen jetzt zu spielen so wie erst haben sie die MPs schlechter gemacht, dann haben sie wieder gut gemacht und dann wir können eigentlich vielleicht den letzten Zombie Kill machen wir noch eine Runde hier haben wir dann schon mal so ungefähr 12.000 Punkte denke ich mal ich glaub, da hängt ja, oder? ja, hallo! alles gestorben weil er sich gesehen hat ah, ich übersterbe hallo! doggies! na gut, machen wir dann noch eine Runde hier do doggies oh, mein Ohr tut langsam, wie ich im Moment sind will ich mir lautsteiger oder weil es auf das Ohr drückt? oh, er drückt aber das nur wenn keine Ahnung, wenn ich die kurz abnehme oh oh! oh! ja! wieso nehme ich auch die Trench Kill? ach, was mache ich hier für eine Scheiße ich bin echt schlecht heute glaub ich muss mal versuchen gleich ähm, du kannst aber einfach kleine Mini-Runden rennen da versuchen die Hunde dich immer anzuhütten, schaffen es aber nicht du musst doch nicht ja, immer um die Hunde drum herum rennen so im ganz kleinen Kreis da springen sie nicht immer an, aber treiben sie nicht na, ich würde kurz zu dir falls jetzt mal zu viele kommen falls jetzt mal zu viele kommen egal, Hauptsache, du schaffst das Teil jetzt hier egal, Hauptsache, du schaffst das Teil jetzt hier ja, maximal kommen eigentlich immer zwei im Solo im Koop, ich weiß nicht, ob es dann für jeden zwei dann sind oh, der hängt fest nein, ich habe nicht nachgeladen fahrt sich aber nicht wie die Skorpchen an eigentlich naja, was? fahrt sich aber nicht wie die Skorpchen an von außen nicht aber die hört sich eigentlich schon so ähnlich an und da gab es eins das seh die hier gar nicht das dunkel ist hm wer kommt dann? und ich habe keine Munizierung mehr oh oh, dann geh immer lieber schnell rein, hol dir welche nein, ich hol mir mal die Type ah oh nein oh, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen einfach rennen, einfach rennen nice dafür jetzt noch mich selbst anschauen hast du noch zwei Granaden, kannst du auch noch mehr haben Stöp los Hündchen, Stöp Granat hol dir das Stöckchen hehehe ist ja eine Stiergranate ja oh, geh doch drauf oh wow wie viel draus habe ich jetzt schon? drei Stück, jawoll nice ich warte nur kurz wegen Munition und so wegen dir wo hast du gespawnt? ich spawn noch nicht und ist noch nicht äh Spawn nicht dann ach so Max Erbel!